Grüß euch, mein Name ist Franz Wieser, ich bin aus dem Landkreis Mülldorf und bin Agrarreferent bei der katholischen Landjugendbewegung in Bayern. Durch meinen Beruf bin ich auch Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft der Landjugendverbände in Bayern und darf da immer wieder erleben, wie sich junge Leute gemeinsam für eine Idee einsetzen und sich aus ganz Bayern treffen, um gemeinsam was zu bewegen. Denn ab Herbst stehen ja beim Bayerischen Bauernverband Neuwahlen an und es werden unzählige Ehrenämter auf Orts-, Kreis-, Bezirks- und Landesebene neu vergeben. Und mein Aufruf heute an euch, bringt euch ein, bringt eure Ideen mit, bringt einen frischen Wind in dem Verband und engagiert euch, damit frischer Wind in den Verband kommt und die Zukunft der Landwirtschaft gemeinsam gestaltet wird. Jede und jeder von euch kann was bewegen, auf dich kommt es an.